Soviel zum 2. November. Hallo ihr Lieben, heute soll es noch meine neue Erscheinung für den Januar geben. Ich bin etwas spät dran, eigentlich wie immer mit diesem Video. Ich bin eigentlich mit diesem Video immer spät dran, aber durch Weihnachten hat sich jetzt alles nur noch mehr verzögert. Ist ja auch wurscht. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Die ersten beiden Bücher, die ich rausgesucht habe, erscheinen am 2. Januar. Und das erste Buch ist, jetzt muss ich nochmal ganz kurz abspicken, Das Herz der Quelle, Sternensturm von Alana Falk. Ich blende euch das Cover wie immer hier nochmal mit ein. Und wie immer muss ich euch die Inhaltsangabe nochmal mit vorlesen. Ihr wisst, ich merke mir das nicht immer. Ich bin... Und zwar in Sternensturm geht es um folgendes. Es ist der größte Moment in Lilianas Leben und sie fürchtet ihn genauso sehr, wie sie ihn herbeisehnt. Endlich soll sie in die Gemeinschaft des Hohen Rates aufgenommen und mit ihrer Quelle verbunden werden. Denn jeder Magier braucht eine menschliche Energiequelle, um zaubern zu können. Doch es ist ausgerechnet Chris, der Lilianer zugeordnet wird. Chris, der sich der Gemeinschaft verweigert und dessen früherer Magier auf unerklärliche Weise ums Leben kam. In seinen Augen sieht Lilianer nichts als Hass. Es gibt nicht viel Zeit, um sein Vertrauen zu gewinnen. Denn in den Tiefen unter Neuseeland braut sich eine schreckliche Katastrophe zusammen. Und nur Lilianer und Chris können sie aufhalten. Ich finde, das hört sich wirklich sehr, sehr interessant an. Und deswegen habe ich mir es auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Soviel zu Sternensturm von Alana Fall. Das zweite Buch, was ebenfalls am 2. Januar erscheint, heißt Diabolik vom Zorn geküsst von S.J. Kincaid. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Auch hier lese ich euch mal wieder ganz kurz vor, worum es in diesem Buch geht. Und ich finde, es hört sich so unglaublich gut an. Eine Diabolik ist stark. Eine Diabolik kennt kein Mitleid. Eine Diabolik hat eine einzige Aufgabe. Töte, um den einen Menschen zu schützen, für den du erschaffen wolltest. Als Nemesis und Tyrus sich am imperialen Kaiserhof begegnen, prallen Welten aufeinander. Sie, eine Diabolik, die tödlichste Waffe des gesamten Universums. Liebe ist ihr völlig fremd. Er, der Thronfolge des Imperiums, der von allen für wahnsinnig gehalten wird. Liebe ist etwas, das ihn nur schwächen würde. Das ausgerechnet diese beiden zusammenfinden darf nicht sein. Denn an einem Ort voller Intrigen und Machtspiele ist ein Funke Menschlichkeit eine gefährliche Schwachstelle. Und ich finde, das hört sich so gut an. Und dann gibt es dort wieder eine Liebesgeschichte, die nicht sein darf. Und das ist ja genau so mein Ding. Und aaaah, ja, also dieses Buch möchte ich mir auf jeden Fall mal mit angucken. Und ja, ich finde, es hört sich sehr, sehr gut an. Diabolik von Zorn, geküsst von S.J. Kincaid. Ähm, ja, landet definitiv mit auf meine Wundliste. Das waren die zwei Bücher vom 2. Januar. Die nächsten Bücher, die ich euch zeigen werde, kommen alle am 9. Januar raus. Da alles Fortsetzungen sind, werde ich jetzt hier nicht so viel dazu sagen. Und zwar einmal Eis wie Feuer von Sarah Raj. Raj, was auch immer. Raj. Das ist der zweite Teil zu Schnee wie Asche. Ähm, den bekomme ich auf jeden Fall vom Verlag zur Verfügung gestellt. Und da freue ich mich wirklich schon sehr drauf, den zu lesen. Dann Dare to Love 7 von Carly Phillips. Ähm, ihr wisst, ich habe die ganze Reihe bisher gelesen von Dare to Love. Der sechste Teil ist bisher mein Lieblingsteil gewesen von der Reihe. Und auch den siebten kann ich wieder lesen. Den kriege ich vom Verlag wieder zur Verfügung gestellt. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, dann Angel Fall Teil 2. Ähm, der heißt jetzt, ich weiß nicht, wann war der erste hieß, Nacht ohne Morgen. Und der zweite Tage in Dunkelheit oder sowas. Und, ähm, auch, äh, da freue ich mich auf jeden Fall sehr. Denn auch dieses Buch bekomme ich vom Verlag zur Verfügung gestellt. Und darf es wieder mitlesen. Was mich riesig freut. Denn ich freue mich schon wahnsinnig auf den zweiten Teil von Angel Fall. Ich fand ja den ersten so unglaublich gut. Ähm, dann kommt noch am 9. Januar raus, Unsterblich 3, Tor der Ewigkeit. Ähm, diese Bücher stehen auch schon ewig auf meinem Wunschzettel. Aber da ich weder den ersten noch den zweiten gelesen habe, bisher bringt es nichts, den dritten zu lesen. Aber für euch so zur Info, wer das gelesen hat, er kommt am 9.1., der dritte Teil. Zum Inhalt dieser Bücher möchte ich nicht wirklich was sagen, weil das, wie gesagt, alles Fortsetzungen sind. Und ich hier niemanden spoilern möchte. Ich verlinke euch die Bücher wie immer unten in der Infobox. Wenn ihr nähere Informationen wollt, dann klickt einfach auf den Link. Dann könnt ihr euch das Ganze dort nochmal bei Amazon oder so mit anschauen. Die nächsten beiden Bücher sind auch mehr oder weniger Fortsetzungen. Kommen am 10. Januar raus. Und zwar einmal Oblivion von Jennifer Armantrout. Das ist Band 0 quasi der Lux-Reihe. Ähm, das ist quasi Obsidian nochmal aus der Sicht von Damon erzählt. Ähm, ich glaube nicht, dass ich dieses Buch lesen werde, auch weil ich die Obsidian-Reihe unheimlich gut fand. Weil ganz einfach, ähm, es ist quasi der erste Band nochmal. Und warum sollte ich den nochmal lesen? Also, ich bin jetzt kein Freund davon, das alles nochmal aus seiner Sicht zu lesen. Das muss ich nicht unbedingt haben. Also, ja. Aber für alle, die es interessiert, am 10. Januar Oblivion. Und dann kommt am 10. Januar noch raus, äh, Percy Jackson auf Monsterjagd mit den Cain-Geschwistern. Ähm, ja, auch, äh, das ist wieder ein weiterer Teil aus der Percy Jackson-Reihe. Und ich denke, alle Percy-Fans werden sich sehr, sehr freuen darüber. Ich habe auch eine Arbeitskollegin, die sich schon unheimlich auf dieses Buch freut. Und, äh, ja. Kommt am 10. Januar mit raus, äh, worum es in diesem Buch geht, habe ich mir ehrlich gesagt jetzt so genau nicht angeguckt, weil ich persönlich fand Percy Jackson ja ganz gut, aber habe jetzt nicht so die Ambition, diese Reihe extrem zu feiern und weiterzulesen. Deswegen nur so für euch zur Info am Rande. Das nächste Buch, was ich mit aufgeschrieben habe, erscheint am 12. Januar und heißt Im nächsten Leben vielleicht. Und auch hier lese ich euch mal vor, worum es in diesem Buch geht, denn ich finde auch, das klingt ganz, ganz interessant. Und zwar folgt es. Hunger, Schmutz, Verzweiflung. Das ist bittere Alltag für Tenley und Kylind, die in einem armen Minenarbeiterdorf in den Bergen von Kentucky aufwachsen. Die einzige Chance, ihre trostlose Heimat für immer zu verlassen, ist das Stipendium des ortsansässigen Kohleunternehmens. Doch nur einer kann es gewinnen. Alle anderen müssen bleiben. Da ist kein Platz für Freundschaft oder Liebe. Trotzdem ändert sich alles, als Tenley und Kylind sich kennenlernen. Die beiden Konkurrenten wehren sich mit aller Kraft gegen ihre Gefühle füreinander. Denn was passiert, wenn einer von ihnen gewinnt? Wenn nur einer gehen kann und der andere zurückbleibt? Und ich finde, das klingt wirklich ganz, ganz toll. Und jetzt hat das iPad von meinem Freund ein Geräusch von sich gegeben, Entschuldigung. Und ja, ich finde, das klingt ganz, ganz toll und ganz, ganz interessant. Und wenn zwei Liebende doch auch Konkurrenten sind, finde ich, ist das mal ein ganz, ganz interessanter Ansatz. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon ganz, ganz doll auf dieses Buch. Und ja, mal schauen, wie es ist. Ich habe es mir auf jeden Fall mit aufgeschrieben. Dann am 13. Januar wieder zwei Fortsetzungen. Und zwar einmal der dritte Teil zur Game On-Reihe von Kristen Callahan. Diese Reihe steht ja auch schon ewig auf meinem Wunschzettel. Ich habe sie noch nicht gelesen. Es ist auch eine College-Football-Reihe. Und ja, erscheint der dritte Teil auf jeden Fall am 13. Januar. Ebenfalls am 13. Januar erscheint der zweite Teil von Mona Kastens Again-Reihe, Trust Again. In diesem Buch geht es ja um Dawn und Spencer, was ja die besten Freunde von Caden und Ellie sind, die im ersten Teil ja unsere Hauptcharaktere waren. Und ich fand ja das erste Buch nicht so mega dem Hype gerecht, aber ich fand es ganz gut. Und ich möchte auf jeden Fall wissen, wie es mit Dawn und Spencer weitergeht. Das heißt, ich werde den zweiten Teil auch auf jeden Fall lesen. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, erscheint am 16. Januar. Und ist das neue Buch von Marilu, Young Elites. Ihr werdet es sicherlich überall schon mal auf Facebook und Booktube, da geht es ja gerade rum, schon gesehen haben. Und zwar auch hier lese ich euch mal ganz kurz vor, worum es in diesem Buch geht. Denn ich finde, es hört sich wirklich sehr, sehr gut an. Über Nacht verperben sich Adelinas wunderschöne schwarze Haare plötzlich silbern. Seit sie das mysteriöse Blutfiebe überlebte, ist die Tochter eines reichen Kaufmanns gekennzeichnet, von der Gesellschaft verstoßen. Aber die Krankheit hat ihr nicht nur eine strahlende Zukunft genommen, sondern auch übernatürliche Kräfte verliehen. Und Adelina ist nicht die einzige. Die Gemeinschaft der Deutsche wird vom König gejagt und gefürchtet. Denn mit ihren unerklärlichen Fähigkeiten sind sie imstande, ihn vom Thron zu stürzen. Doch dazu benötigen sie Adelins Hilfe. Ich finde, das hört sich wirklich sehr, sehr gut an und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf dieses Buch. Es wandert auf jeden Fall mit auf meinen Wunschzettel. Und ja, ich werde es definitiv irgendwann mal mitlesen. Aber ich lese jetzt erstmal Legend von Marie-Lou. Das liegt nämlich jetzt auf meinem Sub. Das habe ich nämlich mitbekommen zum Geburtstag und da freue ich mich jetzt erstmal sehr drauf. Damit wären wir dann auch schon bei den letzten beiden Büchern. Diese erscheinen am 17. Januar. Und zwar einmal ist das Rat der Neuen gezeichnet von Veronica Roth. Das ist ja die Autorin der Bestimmung, also Die Virgin-Reihe. Und auch hier lese ich euch mal ganz kurz vor, worum es in diesem neuen Buch geht. In einer Galaxie, in der Gewalt und Rache das Leben der Völker beherrschen, besitzt jeder Mensch eine besondere Lebensgabe. Eine einzigartige Kraft, die seine Zukunft mitgestaltet. Doch nicht jeder profitiert von seiner Gabe. Entschuldigung. Kira ist die Schwester des brutalen Tyrannen Rizek. Ihre Lebensgabe bedeutet Schmerz, aber auch Macht. Was ihr Bruder gezielt gegen seine Feinde einsetzt. Doch Kira ist mehr als bloß eine Waffe in Rizeks Händen. Sie ist stark und viel klüger als er denkt. Akku stammt aus einem friedliebenden Volk und steht absolut loyal zu seiner Familie. Als Akkus und sein Bruder von Rizek gefangen genommen werden, trifft er auf Kira. Er würde alles dafür tun, seinen Bruder zu retten und mit ihm zu fliehen. Doch mächtige Feinde stehen ihm im Weg. Akkus und Kira müssen sich entscheiden, sich gegenseitig zu helfen oder zu zerstören. Ich finde, das klingt wirklich sehr, sehr interessant. Und schreibt mal so eine Science-Fiction-Welt zu sein, in der das ganze spätige Bestimmung war ja eine Dystopie. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf die Geschichte. Und ich werde mir Rat der Neuen von Veronica Roth auf jeden Fall mal mit angucken. Damit wären wir dann auch schon beim letzten Buch für dieses Video. Und zwar heißt das Chosen, die Bestimmte von Rena Fischer. Und ich lese euch auch hier mal ganz kurz vor, worum es in diesem Buch geht. Ein Elite-Internat für Hochbegabte, nicht gerade Emmas Traum. Doch Sensu Scorby ist kein normales Internat. Emma ist eine Emotientaucherin und kann die Gefühle anderer Menschen spüren. Auch all ihre Mitschüler verfügen über besondere Gaben, was für Emma etwas gewöhnungsbedürftig ist. Der charismatische Aiden kann beispielsweise die Elemente beeinflussen. Vor allem aber bringt er Emmas Gefühlswelt ziemlich durcheinander. Als plötzlich Jared, ein ehemaliger Schüler, bei Emma auftaucht und sie in das düstere Geheimnis einweiht, das hinter den Mauern des Internats lauert, gerät Emma zwischen die Fronten und weiß nicht mehr, wem sie trauen kann. Eine Rebellion bricht los, die mehr ist als ein erbitterter Kampf. Und für Emma geht es dabei nicht nur um die große Liebe, sondern auch um Leben und Tod. So viel zur Inhaltsangabe von Chosen. Da ist mir doch jetzt gerade glatt der Kamera-Akku abgeschmiert, nachdem ich fertig vorgelesen habe. Und es sind jetzt inzwischen wieder zwei Stunden vergangen. Und ich habe gleich einen zweiten Akku bestellt jetzt in der Zeit, damit ich es nicht wieder vergesse. Ich habe schon tausendmal gesagt, Susi, bestell den zweiten Akku und jedes Mal habe ich es vergessen. Jetzt habe ich in der Zwischenzeit aber einen neuen Akku bestellt. Also, dass ich in Zukunft weiter filmen kann, wenn mir der erste Akku abkackt. Naja. So viel auf jeden Fall aus But You Chosen und den anderen Neuerscheinungen vom Januar. Ich finde, es kommen im Januar wieder einige tolle Bücher raus. Und auch für das Restliche sieht es sehr, sehr gut aus, was da an Büchern kommt. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Und ja, das war es jetzt erstmal von meinen Neuerscheinungen. Wie gesagt, kurz vor Ende noch der Akku abgeschmiert. Und super! Was sagt ihr denn so zu den Neuerscheinungen vom Januar? Gibt es noch andere Bücher, wo ihr sagt, das müsstest du dir auf jeden Fall mal angucken? Schau da auf jeden Fall nochmal mit rein, was das du jetzt hier nicht erwähnt. Dann schreib es mir auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss!